Das Alte muss auch gereinigt werden aus unserem System. Es muss aus unserem System befreit werden. Deswegen, wenn ihr euch belastet fühlt, wenn ihr euch energetisch schwer fühlt, wenn ihr euch Sorgen macht, wenn Ängste kommen, dann wisst, das ist ein Reinigungsprozess. Also so kann ich es wirklich viel einfacher anschauen, anstatt zu sagen, ich bin Gott. Da kommen schon, keine Ahnung, erstens Zweifel, zweitens Freunde, die sagen, du bist doch nicht Gott, übertreib mich, bla bla bla. Aber wenn du sagst, du bist Leben, ich bin Leben, dann kann dir keiner sagen, nee, du bist kein Leben. Das, was in Deutschland über Jahrzehnte funktioniert hat, wird nicht mehr funktionieren. Es funktioniert jetzt schon nicht mehr. Und dieses alte System von Angstkontrolle, Zwang, Sicherheit im Außen, das löst sich jetzt auf. Mein Name ist Tobi, willkommen hier auf diesem Kanal. Wir reagieren heute auf Matthias Langwasser, eine göttliche Botschaft, das brauchst du für den Umbruch. Matthias Langwasser für mich sehr inspirierend. Ich habe sein Buch gelesen, Reise in die Freiheit. Wir haben auch ein Interview gemacht zusammen, also wirklich wundervoll. Ich schaue mir immer mal wieder seine Videos an. Deswegen gehen wir rein. Ich danke dir vielmals, bist du hier. Wie geht es dir heute? Ich bin in der letzten Zeit ein bisschen down irgendwie. Es gab gewisse Energien auch irgendwie momentan hier. Deswegen, wir sind trotzdem hier und wir schauen uns das Video an. Schön, bist du hier. Danke vielmals. Lass uns reingehen. Hey ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich habe eine dringende und wichtige Botschaft, die ich jetzt zwischen zwei Terminen unbedingt loswerden möchte, weil es einfach so wichtig ist. Und zwar, ich bin ja auch gerade auf Kupangan und habe die letzten Nächte kaum schlafen können. Und weil einfach die Energie hier so intensiv ist, sind auch so viele Dinge passieren. Und ich habe dann mit Gott gesprochen, was ich sehr häufig tue, einfach, um einfach die Zeit zu nutzen, wenn ich eben nicht schlafen kann, um Informationen zu bekommen. Und das, was ich als Information bekommen habe, das möchte ich jetzt von Herzen gerne mit dir teilen, weil es einfach so wichtig ist. Gerade für die Zeit, in der wir uns befinden und auch für die Zeit, die kommt. Weil es ist so, dass wir... Gott, wieso sprichst du nicht zu mir eigentlich? Jetzt erleben, wie sich das alte, das alte System, diese alte Matrix, diese künstlich erschaffene Matrix, löst sich auf. Und das bedeutet, dass wir nicht nur erkennen dürfen, dass alles, was uns beigebracht wurde, dass unsere ganzen Konditionierungen, dass es alles einer Illusion unterliegt, sondern auch, dass diese ganzen Fehlprogrammierungen, die ganzen falschen Informationen, unendliche Lügen, all das, was noch in unserem System verankert ist, all das, was uns belastet, was uns einschränkt, auch das, das darf jetzt gehen und es wird sich zeigen. Es ist wirklich krass, diese Illusion und so weiter. Du kommst als kleines Kind, manchmal schlafe ich noch und ich sehe schon die Kinder, höre die Kinder hier auf den Strassen in die Schule rennen und so weiter und dann denke ich mir so, ey, es ist irgendwie sieben Uhr und ihr müsst schon dort hingehen, euch hinsetzen, still sein und so weiter. Natürlich ist Schule auch lustig, du hast deine Freunde und so weiter. Aber so während der Schulzeit, während der Klasse, ist es einfach, ey, es ist schon tragisch, du sitzt dort, wirst einfach, es wird dir Sachen aufgedrückt, du darfst dich nicht frei bewegen. Also es ist eigentlich schon heftig. Und es fängt ja eigentlich schon im Kindergarten an, dort ist es natürlich noch ein bisschen, alles ein bisschen lockerer und so weiter. Aber sobald du in die Schule kommst, hast du die Autorität und du musst dich anpassen. Früher war es natürlich noch schlimmer, ich weiss nicht, es war ja immer schlimmer und vielleicht wird es jetzt wirklich irgendwie besser und es wird alles ein bisschen gelockerter, das hoffen wir natürlich alle. Aber so, was wird alles lernen und dann wirklich, also ich, du bist so gebrainwashed, die ganze Geschichte und so weiter. Du hinterfragst es gar nicht und denkst dir, das ist eh die Wahrheit. Oder wenige hinterfragen das. Und Matthias Langwasser ist ja so einer, der das schon immer hinterfragt hat. Das heißt, für viele von uns wird es, ist es aktuell sehr, sehr schwierig, weil sich viele Schattenanteile zeigen, weil wir auf viele Herausforderungen stoßen, im Innen und im Außen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, dass es gerade so sein muss, weil es gerade um das Freiwerden unserer Seele geht. Denn unsere Seelen möchten wieder frei sein und wir dürfen uns jetzt wieder erinnern an unser wahres Sein, an unser göttliches Schöpferpotenzial. Aber um da hinzukommen, muss uns erst mal das Alte bewusst werden und das Alte muss auch gereinigt werden aus unserem System. Es muss aus unserem System befreit werden. Und deswegen, wenn ihr euch belastet fühlt, wenn ihr euch energetisch schwer fühlt, wenn ihr euch Sorgen macht, wenn Ängste kommen, wenn ihr einfach nicht versteht, warum ihr einfach was los ist oder wenn ihr euch große Sorgen macht aufgrund der Zustände, in der sich unsere Gesellschaft, in der sich unsere Welt gerade befindet, dann wisst, das ist ein Reinigungsprozess. Das ist ein wichtiger, elementarer Prozess, der jetzt gerade passiert. Der passiert kollektiv, deswegen kommen jetzt auch noch mal Konflikte, es kommen noch mal Kriege, aber es passiert auch in unserem persönlichen Leben, dass noch mal so richtig die Dinge sich zeigen, dass wir Konflikte haben, dass wir innere, äußere Konflikte haben, dass sich Beziehungen auflösen oder trennen, dass wir noch mal an tiefe, alte Themen kommen, dass noch mal sich Symptome zeigen, die vielleicht, von denen wir dachten, sie waren schon längst weg. Also, wie beim Innes schon gesagt, ich spüre seit sicher drei Tagen wieder so richtig das depressive Gefühl, was ich früher viel mehr hatte und am liebsten würde ich einfach weinen, es ist wirklich heftig. Ja, jetzt höre ich das wieder und auch schon von anderen Menschen habe ich gehört, dass das jetzt die Energien und so weiter sind. Kann sehr gut sein, weil manchmal fragt man sich schon, von wo kommt das jetzt? Weil ich habe wirklich eigentlich keinen Grund für solche Gefühle. Es geht mir eigentlich gut, es läuft wie immer, ich habe meinen Job, ich mache meinen YouTube, ich habe meine Frau, ich esse gut, ich entgifte und bla bla bla. Also, ich habe wirklich keine Gedanken, die mich irgendwie runterziehen oder irgendetwas passiert, aber ich habe einfach dieses krasse Depri-Gefühl, diese Leere und ich weiß nicht, von wo es kommt. Weißt du, und wie gesagt, ich nehme das jetzt auch nicht so ernst, weil ich kenne das und ich weiß auch, es geht wieder weg. Aber es gibt sicher Menschen, die jetzt wahrscheinlich wieder völlig irgendwie verloren sind. Und das Wichtigste ist, vertraut. Vertraut und wisst, es geht um einen ganz tiefen, wertvollen Reinigungsprozess und das, was jetzt passiert, muss genauso passieren. Und was wir jetzt vor allen Dingen brauchen, ist ein ganz tiefes Vertrauen. Und was immer wieder aus der geistigen Welt kommt, ist dieses, das ist so ein Mantra, was ich über, ja, über die letzten Jahrzehnte immer wieder bekommen habe. Hingabe, loslassen, vertrauen. Also, gib dich dem Leben vollständig hin, lass alles vollständig los und vertraue, vertraue deiner Seele, vertraue Gott, vertraue dem Leben, vertraue diesem wundervollen Universum und vertraue darauf, dass du vollständig und vollkommen auf perfekte Weise geführt wirst in diesem Leben und dass sich dein Leben auf vollkommene Weise entwickelt und vertraue, dass alles, was sich zeigt, genau richtig ist. Vertraue darauf, dass alles, was passiert, genau richtig ist und dass du auf vollkommene Weise geführt bist. und das mit Gott und dem Leben und so, habe ich gestern im Neil Donald Walsh Buch Gott heute, eines der besten Bücher ever, bin ich jetzt am Lesen und ich habe ja immer dieses Problem gehabt mit leg deine Hände in Gottes Hände, also dein, leg dich in Gottes Hände und lass dich von Gott führen und mein Ego war so, nee, ich will selber entscheiden, aber für mich ist einfach das Wort Gott so verfälscht worden in meinen Augen. Wenn ich Gott höre, dann denke ich so an diesen, automatisch, auch wenn ich weiss, das stimmt nicht, aber es ist ja in mich reingebohrt worden, dieser Gott, der dort oben sitzt und graue Haare hat und dich einfach in die Hölle schickt, wenn du, keine Ahnung, etwas Falsches machst, aber jetzt, in diesem Buch steht auch, dass du das Wort Gott mit dem Leben auswechseln kannst und dann ist es für mich wirklich auch einfacher anzuerkennen, ich bin Leben und alles ist Leben, alles ist Gott, aber alles ist auch Leben, weil es ist auswechselbar. Ich bin Leben, alles andere ist Leben und diene dem Leben und lasse das Leben fliessen, weil so kann ich es wirklich viel einfacher anschauen, anstatt zu sagen, ich bin Gott, da kommen schon, keine Ahnung, erstens Zweifel, zweitens Freunde, die sagen, du bist doch nicht Gott, übertreib mich, bla bla bla, aber wenn du sagst, du bist Leben, ich bin Leben, dann kann dir keiner sagen, nee, du bist kein Leben, also das finde ich, hört sich das für mich wundervoll an und man soll sich ja Gott oder das Leben auch so vorstellen können, dass es einem auch gut tut, aber mit Gott habe ich so dieses, diese schlechte Beziehung, weil ich es mir falsch vorstelle, aber das Leben ist überall und da kann ich es mir wirklich wundervoll vorstellen, vielleicht kann es auch dir helfen. Und es geht jetzt darum, dass wir dieses alte System, was von der dunklen Seite installiert wurde, wo nämlich es nicht um Vertrauen ging, sondern wo es um Kontrolle ging, wo es nicht um Freiheit ging, sondern wo es um Manipulation ging, wo es darum ging, dass es uns beigebracht wurde, dass wir Opfer sind, dass wir hilflos sind, dass wir ohnmächtig sind, was eine absolute Lüge ist, weil wir sind die Schöpfer unseres Lebens und wir können alles verändern und wir haben unbegrenzte Macht. Und daran dürfen wir uns jetzt wieder erinnern und die Veränderungen, die jetzt kommen, die werden sehr schnell passieren. Es werden sehr schnell auch dramatische Veränderungen im Außen passieren und auch da bleibt im Vertrauen, diese Dinge müssen passieren, sie dürfen passieren und es ist in Ordnung. Aber was ganz wichtig ist, du kannst das Leben im Außen nicht kontrollieren. Also für alle, die nach Kontrolle im Außen gestrebt haben, die nach Sicherheit im Außen gestrebt haben, das ist jetzt vorbei. Denn die Sicherheit, die wahre, echte Sicherheit, das ist die Sicherheit im Inneren, das ist die Sicherheit in der Verbindung zum Göttlichen, das Vertrauen in das Göttliche, das Vertrauen in deine eigene Seele, die ja mit dem Göttlichen eins ist, das ist die einzige Sicherheit, die existiert. Es existiert keine Sicherheit im Außen und du kannst das Leben im Außen nicht kontrollieren. Das ist völlig unmöglich. Deswegen versuche es gar nicht erst und wir kommen jetzt in eine Zeitqualität, wo wir das Leben noch weniger kontrollieren können als vorher. Und gerade für die Deutschen, die ja Sicherheitsfanatiker sind, die ja sehr, sehr stark in Angst gehalten wurden, die ja auch sehr stark manipuliert wurden. Denn alleine die Geschichte, die uns erzählt wurde, ist auch nicht wahr. Denn es ist die Geschichte der Besatzer und wir wurden einfach komplett zu Opfern erzogen und ganz bewusst mit Absicht, um eben auch die Macht der Menschen und auch die Macht des deutschen Volkes eben zu brechen. Und das ist aber jetzt nochmal nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es geht darum, dass wir jetzt lernen, komplett zu vertrauen und die Sicherheit im Jetzt zu suchen und zu finden. Und dass wir wissen, egal was im Außen passiert, egal welche Sicherheitskontrollmechanismen verschwinden oder weggenommen werden, wenn wir vertrauen, wenn wir immer wieder nach innen gehen, wenn wir uns Zeit nehmen, um uns mit unserer Seele zu verbinden, dann werden wir auf vollkommene Weise geführt. Und dann bekommen wir genau die Informationen, die wir brauchen in jedem Moment unseres Lebens. Es muss keine Lösung geben für morgen, weil diese Lösung wird uns morgen gezeigt. Ja, und wir stellen halt immer unser kleines Selbst wichtiger, wir denken immer, das ist wichtiger als das große Selbst. Wir denken immer unser, und ich würde sagen, das kleine Selbst, das Verstand, das Ego, was ich immer in den Vordergrund stellen will, aber eigentlich sollten wir das Leben, das große Selbst in den Vordergrund stellen. Weil dann können wir mit dem Göttlichen, mit dem Leben, können wir mitfließen. Aber wenn wir unser Ego in den Vordergrund stellen, dann sind wir nicht in diesem Fluss des Lebens drin. Also das habe ich jetzt irgendwie wirklich erkannt. Man sagt immer, das Ego ist irgendwie, hindert uns am Erwachen und so weiter. Es hindert uns auch einfach an, im Fluss des Lebens zu sein. Weil es ist klein und das Leben, Gott ist grösser. Und wenn wir zuerst mit Gott gehen und nicht sofort irgendwie alles kontrollieren und so zu versuchen, dann sind wir besser im Fluss. Und zum Beispiel, ich sitze jetzt hier in diesem, in einem Hotelraum, den ich noch vor einer Stunde nicht kannte, habe es irgendwie geschafft, mein Material hier aufzubauen und es funktioniert. Ich hatte keine Ahnung, ob ich das hinbekomme, aber ich habe einfach auch entschieden, mich komplett loszulassen, also mich zu entspannen und komplett loszulassen, weil ich einfach wusste, wenn das so sein soll, dass ich heute mal wieder meinen Videotrehtag hinbekomme, dann wird es funktionieren und wenn es eben nicht funktioniert, dann soll es nicht sein und dann lasse ich es los. Und in dem Moment, wo ich es losgelassen habe, habe ich es selbst unter sehr, ich kann es jetzt hier nicht zeigen, aber unter sehr merkwürdigen Bedingungen und Umständen hinbekommen. Und das ist einfach das, worum es letztendlich geht, dass wir in dieses Vertrauen gehen, dass wir wieder in dieses Vertrauen zurückfinden und dass wir wissen, wir müssen die Lösung für morgen nicht kennen. Uns wird die Lösung für jetzt gezeigt. Das, was wir jetzt brauchen, das wird uns gegeben. Und mehr muss es nicht sein, mehr müssen wir auch nicht verstehen. Weil dann bist du ja auch im Fluss des Lebens, aber sobald du am Morgen denkst, bist du nicht mehr im Fluss des Lebens. Dann bist du schon wieder in deinem kleinen Ich und dann kann dir das Leben gar nicht zeigen, was du jetzt brauchst, weil du ja schon mit deinem kleinen Ding dort irgendwo in der Zukunft bist und denkst, morgen muss ich da hinfahren, was mache ich da, wie muss man das tun und so weiter. Dann bist du schon abgekapselt. Das sagt ja auch Kurt Tepperware mit Online sein und so weiter. So bist du immer offline. Wir müssen wir auch nicht erfassen, und das heißt, was eben auch ganz, ganz wichtig ist für diese Zeit, die jetzt kommt, dass wir lernen, absolut flexibel zu sein. Dass wir ohne jedes Konzept von einem Tag in den anderen leben und uns den immer wieder sich verändernden Umständen total flexibel anpassen. Dass wir immer wieder loslassen, auch die Ängste liebevoll annehmen und einfach verstehen, dass wenn wir nach innen gehen, wenn wir uns mit unserer Seele bewusst verbinden, wenn wir meditieren, wenn wir in die Natur gehen, dass unsere Seele uns zur passenden Zeit jegliche Informationen gibt, die wir brauchen und auch jegliche Lösungen gibt, die wir brauchen, um welches Problem auch immer zu lösen. Und das ist einfach so elementar, denn die Menschen, die an dieser alten Matrix festhalten, die Menschen, die die Sicherheit im Außen suchen, die das Leben im Außen kontrollieren wollen, für die wird es sehr, sehr schwer. Weil das alte Konzept, das, was in Deutschland über Jahrzehnte funktioniert hat, wird nicht mehr funktionieren. Es funktioniert jetzt schon nicht mehr und dieses alte System von Angstkontrolle, Zwang, Sicherheit im Außen, das löst sich jetzt auf. Und deswegen sind die Menschen ja, sehr geführt, die in der Lage sind, sich mit ihrem Inneren bewusst zu verbinden, die sich mit ihrer Spiritualität, mit dem Göttlichen verbinden, die auch die Botschaften aus ihrer Seele, ihrer inneren Stimme bewusst wahrnehmen. Und wenn du dich ganz bewusst mit dem Göttlichen, mit Gott, egal was auch immer, mit deinem Schutzengel, egal wie du es bezeichnest, wenn du dich immer wieder bewusst damit verbindest, dann kannst du sicher sein, dass du absolut behütet, gesegnet und beschützt bist. Also ich bedanke mich jeden Tag bei Gott, beim Leben und bei den Schutzengeln für all das, für all das, was mit meinem Leben passiert, für meinen Aufwachprozess, für meinen Kanal, den ich gestartet habe und so weiter. ich spiele manchmal wirklich so diese Führung, nicht immer manchmal bin ich völlig im Kopf natürlich, aber oft einfach so bedanke ich mich einfach, weil ich schon viele, und auch diese Worte hier jetzt von Matthias, die fühlen sich für mich einfach richtig an irgendwie, weil ich jetzt auch nicht unbedingt im Kopf bin, sondern Inge, ich spiele es, es fühlt sich richtig an. Und dass dir nichts passieren wird und dass sich alles genau so entwickelt, wie es deine Seele geplant hat und wie es dir für dein Leben, für deinen Seelenauftrag, für die Erfüllung deines Seelenauftrages vorbestimmt ist. Und deswegen, wir kommen auf eine, ja, wir sind jetzt schon in einer ganz, ganz besonderen Zeit mit einer sehr hohen Energie. Die Energie ist so hoch auf dieser Erde wie noch nie zuvor, beziehungsweise sie war schon mal so hoch, aber das ist lange, lange, lange her, also lange vor unserer Zeit. Und sie wird noch weiter ansteigen. Und wir, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir mit dieser Energie mitgehen. Und wenn wir loslassen, wenn wir uns diese Energie, wenn wir uns dem Göttlichen hingeben, dann ist alles gut. Dann sind wir vollkommen geführt und alles wird sich auf richtige Weise erfüllen und ereignen. Und, ja, aber es erfordert natürlich Selbstverantwortung, es erfordert Selbstvertrauen, es erfordert auch, dass wir bewusst daran arbeiten, unsere alten Muster und Programmierung aus unserem System zu entfernen, dass wir jetzt wirklich uns darauf konzentrieren, innerlich und äußerlich frei zu werden. Und ich weiß, dass es eben kein bequemer Weg ist, aber es ist der einzige Weg, der funktioniert. Und es ist auch ein sehr, sehr erfüllender und sehr spannender Weg, denn, ja, Widerstände, Herausforderungen lassen uns wachsen, erinnern uns an unser wahres göttliches Wesen und sind von daher große Geschenke des Universums an uns. und, ja, deswegen ist es wichtig, dass ihr, dass ihr euch bewusst darüber seid, auf die Zeiten, die jetzt auf uns zukommen, dass es herausfordernd wird, dass es gleichzeitig aber auch sehr, sehr gut wird, dass die Energien heftig sind und noch heftiger werden, dass dies aber der Reinigung und der Transformation dient und deswegen genauso richtig ist, Meine Frage ist, ist die Energie nur von der Erde, vom Universum, wird die ausgesendet? Weil es gibt ja auch Energien, die diese wundervollen Aliens hier auf unseren wundervollen Planeten aussenden, die ja uns auch sehr zu schaffen machen. Und, und dass es darum geht, dass wir loslassen, dass wir vertrauen und dass wir uns hingeben. Wenn wir das tun und gleichzeitig an uns arbeiten uns immer wieder verbinden, den alten Ballast loslassen, auf die Stimme unserer Seele hören, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig total flexibel sind, dann wird sich alles genau so ereignen, wie es eben sein soll und richtig ist. Und dann warten unendlich viele Geschenke auf unendlich vielen Ebenen auf uns und es wird einfach nur ein gigantisches Fest der Freude und der Liebe. Ja, also ich habe es geschafft, weil es ist ja sowieso auf der Ebene, auf der ich mich gerade befinde, in Verbindung mit der göttlichen Welt, ist die Zeit sowieso komplett nicht vorhanden. Deswegen konnte ich sie jetzt in dieser Botschaft an euch auch entsprechend ausdehnen. und gleich treffe ich den lieben Peter mit auch wunderschön und ich schicke euch einfach ganz, ganz liebe Grüße und ganz wichtig, schaut euch diesen Beitrag gerne öfters an, dass es auf euch wirken, vor allen Dingen auch energetisch, weil es auch etwas mit eurem Feld macht. Ihr könnt auch gerne diesen Beitrag einfach immer wieder laufen lassen, euch dabei hinlegen, einfach nur zuhören, denn eure Seelen erinnern sich und lasst einfach diese Information, diese Heilung, diese Energie in euch einströmen und teilt es gerne mit euren Freunden, euren Bekannten, mit allen Menschen, die euch wichtig sind, denn diese Botschaft ist einfach extrem wichtig. Also was ich jetzt wirklich spüre ist, dass es für mich richtig anfühlt und auch, dass ich überhaupt nicht im Verstand bin. Ich habe immer wieder Kommentare gehört, Tobi, du musst mit dem Herz hören und so. Ich versuche es, aber jetzt ist es wirklich so, ich glaube, jetzt höre ich, ich glaube wirklich mal einfach mit dem Herz zu. Und wenn ihr das, was ich euch jetzt gerade oder wir euch jetzt gerade vermittelt haben, wenn ihr das anwendet, dann kommt ihr auf diese goldene Zeitlinie und auf dieser goldenen Zeitlinie wird es einfach nur ein wunderschönes Fest und es wird so viel Wachstum und so viel Heilung passieren, also viel mehr, als wir uns das jetzt eben an dieser Ebene vorstellen können. Ja, ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung, danke dir fürs Teilen und alles, alles Liebe. Bis ganz bald. Dein Matthias. Ja, liebe Grüße nach Koh Phang Hanh. Koh Phang Hanh, wie man das ausspricht, ich war auch schon mal da. Paradies, unglaubliches Paradies. Eine kleine Hütte haben wir gehabt am Strand. Wirklich weisser Strand, wunderschönes Meer, Palmen, Früchte. Das war wirklich wundervoll. Ich werde jetzt auch gerne dort, ehrlich gesagt. Wir sind hier in der Schweiz, ein bisschen kälter, aber egal wo wir sind, wir können unsere innere Arbeit machen und wer weiß, vielleicht können wir auch irgendwann mal nach Thailand gehen wieder. Hey, ich danke dir, bist du hier gewesen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.